Hallo Leute und herzlich willkommen zur Folge von Paladins, hoi. Heute spielen wir Wartu, mal wieder, das ist jetzt über ein Jahr her, dass ich es jetzt gespielt habe, jedenfalls auf YouTube, ich glaube, so an sich. Ja, mein Schatz ist auf ihn würde ich tun am besten, ich hoffe aufs Beste. Wir spielen Payload. Dieser Modus ist sehr, sehr alt und war lange nicht spielbar, ich weiß, ich glaube, es ist als kurzem wieder spielbar und ich freue mich sehr darauf, ich habe viele Erinnerungen an diesen Modus. Und ich freue mich sehr, ihn mal wieder zu spielen. Ich glaube, es gibt bisher nur drei Maps wieder, also ich glaube, früher gab es auch nicht viel mehr, I don't know, jedenfalls wird es sehr cool, ich hoffe aufs Beste, ich bin nicht der beste Wartu-Spieler, also noch nicht mehr nah dran, ich existiere mit Wartu, I don't know, ich glaube auch nur auf Mist. Äh, ja, mal schauen, was laufen wird. Ich hoffe, dass wir hier mit mir reinladen werden. Mal schauen, ich überlege hier nochmal ein bisschen herumzuschneiden, ich habe ja angefangen bei Smited schon ein bisschen herumzuschneiden im Gameplay. Vielleicht sollte ich es hier auch mal tun, damit es weniger Anstrengung ist, so zu schauen, I guess. Mal schauen. Ähm, was machen wir das mal? Wieso nicht? Burp in Shadow, das hört sich sehr cool an. Ähm, nehmen wir, ich glaube, Kato hier mit. Und, äh, schnell was nachladen, denke ich mal. Mal schauen, wir spielen diesen Modus, wir spielen auf dieser wundervollen Map, dieser IS-Map. Ich kann mich teilweise noch ein bisschen dran erinnern, was hier abging, aber ich habe halt zum einen ein bisschen länger nicht mehr Palladines gespielt und zum anderen einfach auf diesen Maps auch nicht gespielt. Aber ich finde, ich habe nicht verstanden, weswegen der Modus es nicht mehr gab, weil die Maps sind ja nicht voll, voll komplett okay. So, awesome. Ich muss auch kurz aufpassen. Genau, ich muss mich kurz erinnern, was ich hier alles machen kann. So. Ich glaube... Ah, genau, ich kann... Warte, ich glaube, ich gehe mal kurz hier rüber. Okay, warte, ich gehe mal hier drüben lang. Echt bessere Idee. Vielleicht kann man von hier aus jemanden erreichen. Okay, mein Fehler, ich hätte mehr rumdashen müssen. Ich, äh, ja. Ich muss mich daran erinnern, dass ich mobiler als mobil bin. Das war halt mein Fehler. Oh, ist auch... Nee, okay, Baumkringer ist nicht aufgereich, ich hatte gerade kurz Angst. Wir müssen einfach nur... What the fuck? Was soll das denn für ein, äh, langes Wo? Äh, okay. Wurde wir hier kurz zu verteidigen. Ich kann... Ich sollte... Ich kann hier nicht reingehen. Hi. Oh, ich habe vergessen, dass du... Äh, nicht Terra bist. Oh Gott. Das war... Ich weiß nicht. Es ist... Stimmt, Imani. Oh Gott. Was hat sie für einen Drachen in diesem Skin? Äh, er ist zu weit weg. Ich kann noch nicht schnell gut ran. Wo ist das? Ich weiß, ich müsste näher rankommen, um irgendwas zu erreichen. Aber... Ja, das ist gerade ein bisschen sehr schwer. Awesome. Okay, wir erreichen. Ich würde gerne hier rüber. Da bist du down. Okay, was war ihr Move? I don't know, wir müssen an die Payload. Okay, die bewegt die von sich auch schon runter. So, da hinten ist jemand. Mein Fehler? Oh Gott. Scheiße. Sorry. Das war... Mein Bad. Na. Das war... Richtig bad für mich gerade. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber gut. Passiert, passiert, passiert. Ich hätte da wegkommen sollen. Ich bin... Ich bin gerade nicht schnell genug am reagieren. Obwohl ich... Also, ich muss halt meine Bewegungsfähigkeiten öfters einsetzen. Oder besser einsetzen. Weil ich einfach mobil as fuck bin. Und... Äh... Aus irgendwelchen Gründen, dass ich das ein bisschen vergesse. Ich habe ein... Okay. Ich habe ein killingspree. Das war crazy gerade was ich... Mein ult war richtig sexy. Wow, es hat Spaß gemacht. Es hat cool. Das war cool. Das war nice. Das war cool. Das ist sehr schön. Oh wow. Das wäre ja cool. Oh shit. Curses. Ihr Leben. Da ist sie, wenn sie die los wird. Hat sie? Perfekt. Ne, hat sie nicht. Scheiße. Ah man, ich hätte sie bekommen müssen. Gerade ist es ein bisschen blöd, dass ich sie nicht bekommen habe. Ne, Live-Lot macht keinen Sinn. Ähm... Umfangs wird definitiv... Oh Gott, das wird lustig. Äh... Äh... Oh! Okay. Sorry. Autsch! Was? 1300! Schalt euch eine Fähigkeit! Au! Aber gut, das ist Imani. Es ist so ungewohnt, sie so zu sehen, um ehrlich zu sein. Ähm... Mit dem... Ähm... Skin. Ich glaube, Yang-Skin. Es ist einfach sehr strange. Ich bin dran gewöhnt, dass es Terra ist. Und nicht... Äh... Imani. Und ich bin auch gewöhnt, dass Imani... Äh... Bin ich dran gewöhnt, dass Imani nicht schwarz ist. So, what the fuck? I don't know. Strange. Äh... Es ist einfach sehr strange. Aber gut. Okay, passen wir mal kurz auf. Awesome. Out. So. So. Ist down. Müssen wir mal kurz aufpassen. Oh Gott. Muss halt kurz weg hier. Aber ist ein bisschen gefährlich für mich. Okay. So. Ne. Was mach ich hier? Very bad. Okay. Passen wir kurz auf. Schöne Ult. Wir müssen eigentlich nur aufpassen, dass niemand über die Wand kommt und fertig ist. Awesome. Oh nein. Oh. Das war gefährlich. Okay. Kieren wir Doggo. Oh. Nicht. Ich hab... Keine Ahnung, was ich hab gemacht hab, eigentlich zu sein. Shit. Ich hätte... Einer, was ich hätte tun sollen. Das war... Ich war so weit hinten. Und sie würde jetzt auch noch schossen. Ah, ist ein Problem. Kehrt den... Kehrt den Drachen. Äh... Passen wir auf, dass unsere... Lian... Äh... Okay. Lian hat leider gestoppen. Aber wir müssen das selber dort hinten bekommen. Das kann nicht sein. So. Können wir jetzt den Drachen mal kurz killen? Awesome. Okay. Das ist ein Problem. Okay. 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 So. Ich hab mein Ult. Awesome. Awesome. Hier oben ist noch jemand. Nein. Ist der hier? Wo ist der hin? Hä? I don't know. Irgendwann wird... Aber das war glaube ich keine schlechte Ult. Äh... Ich hab ein bisschen Angst, dass irgendwer probiert, zu Backdown und... ...weiter, weiter... ...weiterführt. Wir müssen einfach jetzt nur weghalten. So. Einfach in der Payload bleiben. Fertig ist. Awesome. Oh shit. Ich bin noch geschlafen. Ernsthaft? Uncool. Sehr unfreundlich. So. Seitenwechsel. Awesome. Nice. Das Team war super. Oder das Team ist super. Wir... Neh... Nochmal Kirito hiermit, I guess. Oder? Ich glaube. Das macht sehr viel Sinn. Ich weiß nicht, wie nützlich liegt. Lethalty ist. Aber... Ähm... Ich finde das hat wirklich... Lethalty macht Spaß. Ich liebe solche Sachen. Ähm... Okay. Nehmen wir... Warte mal kurz... Wenn ich jetzt mal... ... mit meiner... ...rech kurze Manche Lens schaue. Ähm... Okay. Heißt... Wir wollen eigentlich... Also eigentlich brauchen wir keine coole Redaktion weiterhin. Äh... Nehmen wir Kirito hiermit. Awesome. Ich geh mal hier drümen mit lang. Oh... Geh mal nicht da drümen mit lang. Outen. Okay. Kackvieh. Gehen wir kurz... Fuxi. So... Wichtig, dass du tot bist. Awesome. Awesome. Sehr wichtig. Perfekt. So... Endlich müssen wir... Awesome. Alter, ich hab grad richtig viel Spaß. Oh nein, ich musste weg. Ich bin... Alter... Bin ich tot. Bin ich tot, weil ich gerade wurde. Sehr freundlich. Okay. Wichtig ist, dass wir jemanden an Punkt haben. Ah, das hat mein Fehler. Äh, wer ist denn an dem Punkt eigentlich? Achso, wir brauchen niemanden, der an Punkt ist? Das versteh ich nicht. Machen wir kurz das noch. Ähm... Gitterpunkt einfach... Also... Wow. Ist halt richtig crazy easy. Wow. Haha. Sehr nice. Hat mein Spaß. Ja, ich... Problem ist, ich trau mich da irgendwie nicht hin, richtig? Mein Fehler? Das... Okay, das war bad. Okay. Das war's einfach. Awesome. Wow. Wir hatten einfach gar keine Chance. Das... War ne richtig, richtig coole Runde. Haha. Nice. Ich muss ja nicht mal schneiden. Das war richtig cool, das hat Spaß gemacht. Aber Wartou macht eher. Also Wartou ist ein super Charakter. Der macht mir so viel Spaß. Äh, nice. Cool. Mein Team war super. Ich hab 46.000 Schaden gemacht. Am dritten war es das vom Team. Unangenehm. Aber Helloween Spaß. Es reicht aus. I don't know. Ich war, glaub ich, nicht so nützlich, wie ich dachte. Ich bin immer echt schade. Aber egal. Ich hatte meinen Spaß. Es war wichtig. Cool. Ähm, weißt du was? Wir spielen noch mal kurz noch ein Team Deathmatch. Bis gleich. So, okay. Eigentlich wollte ich nur Payload spielen. Aber ich bin überrascht, dass die Runde so schnell vorbei ging. Deswegen haben wir mal eine Runde... ...das hier raus. Zweite AFK. Uncool für die. Ja, ich hab noch mal ne hübsche Runde Team Deathmatch raus. Oh, was? Was? Wie, 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 wie? Wobbel, wobbel. Wann hat sie... Ach so. Das hat mir 800 Schaden gemacht? Nee, 100 Schaden. Ich war jetzt... ...weil sehr confused, was abging. So. Okay, was passiert hier gerade? Alter! Da ist... ...what? Da... Äh... 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 Ja, I don't know. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Äh... äh... ...wollt's die Lady loswerden. Was? Wo... Wie... hat sie... ...wie konntest du dich dann einfach wegdeportieren? Also, ich weiß schon wiegen ihre Pupfer und so. Aber... ...die muss auch erst mal aktiviert werden, damit sie sich teleportieren kann. I don't know. Schau mal, wurde sie aktiviert? Da drüben... Ich bin nochmal tot, I guess, weil... ...wie auch immer ich... ...von hier wegkommen soll, I guess. Äh... Aber gut, mein Team macht... ...macht einen guten Job. ...macht einen guten Job. Ernsthaft! Ernsthaft! W-w-w- Aber... ich hab's doch... Wow, ich hab das letzte nicht getroffen. Wow. Ja, ich bin... Okay, das war Tilting. Ah, es ist... äh... Komm schon, geh weg von mir. Das ist ja crazy. So, nee, das muss nicht sein. Awesome. Corona Sinara. Ah... Oh, wow, was? Wie ist das passiert? Interessant. Ähm... Das soll grad sehr interessant sein. Das soll grad sehr interessant sein. Ähm... Das ist so ne Falle. Das ist so ne Falle. Wo... Okay. Dann ist jemand... Ähm... Ich glaub, das andere Tilting hat... andere Tilting hat mir besser gefallen. Weil ich hab grad das mitgenommen mit den Bomben. Und das, äh... Ja, mega gut. Awesome! Äh... Das ging sehr schnell überhaupt. I don't know. Ich find, äh... Wow. Ich find immer lustig, wie schnell die Deathmatch vorbei geht. Drei Minuten... Ne, vier Minuten anfängt die Runde. Äh... Es ist ein bisschen sehr schnell. Wieso müsste man den Kill-Counter ein bisschen höher stellen? Ähm... Wie bad war ich? Ich war... Ja, fragwürdig. Hahaha. Äh... Aber ich hab mir schon ganz ehrlich gemacht wenigstens. 766. Nämlich schon klar. Also 666 wäre noch cooler gewesen, aber naja. Hahaha. Okay. Ähm... Ja. Dann... Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ähm... Gerne mal auch mal zu... Return of Payload und so. Und ja. Passt euch auf. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.